Heyo Freunde, ich bin Slami. Willkommen zu einer Folge Adopt Me. Mit dabei ist die Emily. Hallo. Und unser Hund ist auch dabei. Warte, der hat noch nicht mal einen Namen, ne? Kann man den denn benennen? Ja, warte mal, wie wollen wir den nennen? Der heißt gerade Dog. Also Hund. Ich habe einen Namen. Ja, sag mal. Wie wäre es denn mit Honey? Honey, okay. Honey. Perfekt, dann haben wir jetzt einen Hund. Hä? Hä? Ja, gut, dass er angezeigt wird. Warte mal. Unser Hund würde nicht benannt werden. Honey? Warte mal, Julia kommt aus unserem Haus. Hier, Honey. Warte mal, wir haben ein paar Missionen zu erlegen. So, erstmal muss der Hund in die Dusche. So, ich nehme den mal ganz kurz mit. Warum muss denn der Hund? Und ich habe Durst. Hallo, Lamy. Ja, warte mal, warte mal. Du müsstest wissen, Emily ist nämlich meine Tochter hier bei Adopt Me. Und ich habe das Gefühl, Lamy kümmert sich mehr um den Hund als um mich. Ja, du bist ja auch schon erwachsen, ey. Kannst du schon selber machen. Nee, ich bin noch ein Baby. Und eben wurde ich einfach auf ein Bett gekickt, weil der Hund schlafen musste. Ja, natürlich. So, Lamy, ich habe aber jetzt Durst. Ich möchte, dass du mich fütterst. Okay, dann warte, ich nehme kurz den Hund mit. Duschst du gerade den Hund in unserer Dusche? Ja, wo denn sonst? So, auszahlen. Okay, Hunger habt ihr oder Durst? Ich habe Durst. Ja, dann gehen wir erstmal essen. So, aber ich habe Durst. Warte, ich nehme dich mal auf die Arme. Ja, warte, ich gehe mal auf deine Schultern. Ja, super. Leute, ich muss beide nehmen. Okay, cool, das ist gut. Mann, der Hund wird voll bevorzugt. Du bist ja auch drauf. Ja. Der Hund ist einfach größer als normal. Ah, das ist so ein Getränkeladen. So, dann gehen wir einfach hier rein. Okay, was wollt ihr denn trinken? Ich möchte erstmal runter. Es gibt doch so Kekse. Kekis, Tee und Kaffee. Oha, 20 Dollar. Ich kaufe mir die mal. Ich möchte einen Kaffee haben. Ein Kaffee, ja. Ja, 3 Dollar. Die Kekse kosten einfach 20 Dollar. Darf ich denn schon Kaffee trinken? Ah ja, stimmt. Gibt ihr keinen Kakao oder so? Wo ist der Kaffee hier? Oh Mann, ich glaube, du hast... Hier, ich gebe ihn dir. Hast du mir den abgenommen? Warte, so und hier. Bitte schön. Dankeschön. So, ich glaube, ich kann ihn nicht trinken. Ah doch. Oh, natürlich. Ah ja. Ich darf schon. Ich darf hier, weil ich kein Baby bin, dass ich keinen Kaffee trinken darf. Okay, so, warte mal. Was ist unsere nächste Mission? Wir haben Hunger. Hast du Hunger? Natürlich hast du Hunger. Du bist ein Viehfraß. Hallo Lami, kannst du auch nicht warten? Hast du auch nicht zu Ende getrunken? Nein, natürlich nicht. Okay. Du gibst mit dem Tee raus? Ja. Geht's noch? Ey, warum? Ja. Hat er noch gekauft? Ja, nö. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr zu trinken. So, jetzt einfach. Okay, ähm. Warte mal. Hä? Der Hund hat auch Durst. Der Hund muss auch trinken. Warte mal. Ja, der Hund schon wieder, ne? Ja, der Hund. Das ist auch dein Hund. Also, nee. Der folgt dir nicht mehr. So, warte mal. Äh, ich glaub den mal so. Kann ich ihm einen Tee geben? Nee. Ich würde ihn einfach in den Fluss werfen. Schau mal. Nein, das kann nicht sein. Doch. Soll ich was machen? Der hat schon zu Ende getrunken. Mann. Komm mal hier mit, du bist zu langsam. Mann. Ähm. Pizza. Kann ich auch eine Pizza machen? Die können wir auch selber machen, ne? Ja. Ja? Boah, cool. Ja, so. Ich kaufe die mir. So, dann kommt erstmal Tomatensoße drauf. Ich will auch eine Pizza. Käse. Ganz viel Käse. Warte, kann man noch mehr Käse? Ist das Käse? Noch mehr Käse? Noch mehr Käse. Nehmen wir auf jeden Fall Tomatensauce. Oh. Tomaten. Gemüse. Dann nehme ich das hier. Hat der Hund auch Hunger? Ja, der Hund kriegt wieder Essen, ne? Ja, natürlich. Ja, Hunde kriegen aber kein Tee, sondern Wasser und keine Pizza, sondern Hundefutter. Ja, jetzt ist die Pizza zweimal im Ofen. Die, glaub ich, verbrannt. Oh, da ist meine Pizza. Es geht jetzt mal. Ist die jetzt verbrannt? Ich glaube nicht, oder? Glauben nicht. Okay. So. Kommst du wenigstens neben mich. Hüttern. So. Wo bist du denn? Hier. Ah, hier. Okay. Unsere nächste Mission ist es. Deine Baby ist langweilig. Bringe es zum Spielplatz. Ist dir etwas so langweilig, Emily? Ja, weil der Hund wird bevorzugt. Dann komm mit, ey. Immer der Hund. So, dein Hund. Du willst ihn kaufen. Ja, ich will aber auf deinen Rücken. Okay, warte. So. So. Lass mich. So. Warte, der Hund muss mit. Oh Mann. Der kann dir hinterherlaufen. Der wird noch dick spielen. Was ist das? Was ist das Land? Oha. Schau mal. Oh mein Gott. Man kann ja mega hoch springen hier auf dem Trampolin. Ja, wird mir ja schlecht. Was ist das noch? Kann ich von einem auf den anderen springen? Oh, wie cool. Geh mal in die Rutsche. Das ist ja mega cool die Rutsche. Warte. Ich geh mal kurz hier hoch. Kann der Hund mitkommen? Nein, der bleibt unten. Ne, der ist auch oben. Oh Mann. Der rutscht jetzt mit mir so. Und tschüss. Muss man da so reinspringen? Oh, ich hab... Ey, ich glaub mir geht's nicht so gut, Lami. Warte mal, ich nehm mich mit. So, okay. Nein, ich bin noch gelangweilig. Ich bin noch ganz langweilig. Du bist noch gelangweilig. Ich war genug Spaß. Nö. Dann springen wir noch ein bisschen rum. Lass uns zelten gehen. Unsere nächste Mission ist es zu zelten. Ja. Boah. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Das war genug Spaß. Nein. So. Ich hab noch Spielzeuge. Schau mal, ich hab einen Ballon. Kann ich dir den geben? Weiß ich nicht, aber ich will den haben. Hier, bitteschön. Oh mein Gott, wie cool. Warte, kann ich dem Hund auch ein Spielzeug geben? So, warte mal. Guck mal, Lami. Der hat einen Wagen für seine Tiere. Was? Was hat der? Da war jemand, der hatte einen Wagen für seine Tiere. Warte mal, ich hab auch was. Und so, steig ein. Steig ein in unser Auto. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist das Süßeste, was ich jemals gesehen habe. So, warte mal. So, wir gehen jetzt zelten. So, da geht's lang. Danach müssen wir schlafen. Dann sind wir eigentlich fertig für den Tag, oder? Ja. Man kann doch Fußball spielen. Ey. Ey, was machst du? Guck mal, wenn ich springe, ist es wegen dem Luftballon. Schau mal. Hä? Wo springst du denn? Ist es wegen dem Luftballon? Ja. Guck mal. Zack. Warte mal, ich hab noch andere Sachen. Und zack. Warte mal, ich hab noch so ein Frisbee. Ich mach auch Fußball spielen. Ey, ich hab voll ins Gesicht geworfen hier. Oh, warte mal. Guck mal. Oh, wie süß. Warte mal, und zack. Warte mal, komm, wir spielen den Fußball. Eins gegen eins. Oh, dann ist es. Warte mal, wir müssen los. Hä? Wir müssen los zelten. Wir müssen los zelten. Wir müssen los zelten. Was hast du in der Hand? Achso. Ich? Oh, guck mal, wie glücklich ich bin mit meinem Luftballon. Der Hund will auch zelten. Danach gehen wir schlafen, so ein bisschen duschen. ein bisschen trinken. Und dann bringst du mich ins Päckchen. Genau. Oh. Was machen die da? Das Zögel, oder? Kann ich hier hinsetzen? So, ich setze mich halt kurz hin. Du sitzt auch. Und? Ja, klar. Du sitzt auch. Bist so glücklich, ne? Ja. Denen wir hast du mit dem Luftballon in der Hand. Warte, ich glaub, ich hab noch etwas hier, so etwas. Oha, ich kann jetzt auch mal hochspringen. Der Hund will noch ein bisschen zelten. Guck mal, guck mal. Der Hund will länger als du zelten. Guck mal, was ich kann. Was denn? Oh, oh, ein bisschen Sport. Oh, ein bisschen sportlich unterwegs, oder was? Warte. Was kannst du denn? Ich kann mich um euch kümmern. Walk! Was machst du denn? Ich kann einen Schotten-Tanz. Ja, okay. Was? Ich fühl mich krank. Lass uns ins Krankenhaus gehen. Ich glaub, das machen wir dann in der nächsten Folge, oder? Ja. Krankenhaus gehen. Sieht aus, als ob ihr stinkt, ey. Ich glaub, ihr müsst eher in die Dusche als ins Krankenhaus. Also, nee. Ich muss jetzt leider in die Schule. Ah, ich muss jetzt auch mal in die Schule. Ja, das können wir alles in der nächsten Folge machen, Freunde. Dann würde ich sagen... Ja, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge Adopt Me mit Emily und mit unserem Hund Honey. Und falls ihr noch eine Folge sehen wollt von Adopt Me, dann gebt auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben, damit wir sehen, ihr habt Bock auf eine nächste Folge. Und ja, dann können wir auch in die Schule gehen und andere Sachen machen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was man hier noch alles machen kann. Und dann würde ich sagen, vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir würden uns mega freuen. Und vergesst auch nicht, die Glocke rechts daneben zu aktivieren. Ihr bekommt dann immer eine Benachrichtigung, wenn wir ein Video hochladen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns morgen bei dem neuen Video wieder. Und ja, tschüss. 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 Vielen Dank.